Normal anfahren, normal vom Gas untergehen, normal anfahren, normal vom Gas gehen und jetzt stärker beschleunigen. Ich mach nochmal die Tür zu, dann hört man es besser, weil es ist finster. Was kann das sein? Na nicht, na nicht, brauchst man was. Beim stärkeren beschleunigen kommt es noch ein zweites Mal. Ich hab keine Ahnung, was das sein kann. Ich denke, das sollte man auf dem Video hören. Das kommt von der Beifahrerseite. Dazu noch zu sagen, ich glaube, das Geräusch ist dann aufgetreten nach einer Achsvermessung. Gut, alles klar, kann es beenden.